Okay, also, Mopspawn Event, was stand da? In der Mindmap, Achtung, Mops machen Schaden. Na dann lasst uns doch mal schauen hier. Boah, jetzt nicht geh raus. Definieren wir im Moment. Wo, wo, wo? Oder willst du ETS zocken? Gehen wir mal da lang. Nee, auch nicht. Ich will mal Biggest Heist mal endlich mal starten im GTA. I need money. I need money? Ja, dann können wir gucken, ob wir Leute finden. Ja, fehlt ja nur dann eine Person, ne, wenn ich mitmache. Ja, mach mit. Mopspawn Event, Abenteuer oder... Oh, Standard, verdammt. Standard... Toll, jetzt konnte ich das nicht... Egal, Mopspawn Event. Und ich habe kein... Oh, what the fuck, die fuck. Lol. Mahaha, lol. Hast du viel gesehen? Warte, ich krieg glaube ich jemanden... Warte mal, ich glaube ich hab jemanden. Oh! Das machen die wahrscheinlich hier für die... Oh, ein Gast! Jaaaa! Ich hab nur den Erfolg gekriegt, oh mein Gott. Ich hab den Gast gekillt. Lol, hat der... Oh, der hat nix getroppt, schade. Voll unfair für die Leute, die Gottmut haben. Hahaha. Ach Gott, ey. Und ich bin schon so hoch mit dem Level. Na, komm runter. Na Schatz, macht Spaß. Hoch! Sicher! Alter, wer schießt denn hier mit Feuer? Äh, Dingens. Haben die Skeletze, äh, irgendwie... Nein. Vielleicht hat jemand, äh, Flamme auf seinen Waffen drauf. Nils. Oder... Ist Nils da? Okay, ne. Hä? Hier... Aber die Explosion ist komisch, ja. Ja. Und ich habe einen Gast schon gekillt. Dann vielleicht noch einer unterwegs. Und jetzt Bocco war los. Aber kein Skeletter. Was soll ich mit dem Skelett? Das stimmt, der hat ja kein Flasch. Oh, lol, das sieht so geil aus. Das sind die Feuerhexen. Äh, lohnt. Oder sowas? 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 Mit einer Spitze? Oh, wie süß! Oh, wie süß! Sind das vier Viechchen? Weiß ich nicht, ob es süß ist. Ach, ach, das sind diese Slime. Sehen aus wie von Dragonstres. Ja, stimmt! Ne? Los geht kaputt! Oh, wir sind voll die... Oh, wo?! was ist das denn?! Warte! Warte, wart ich will auch! Puff! Verpuff! Der ist aber jetzt nicht durchs Wasser verreckt, oder? Ne, ne. Okay, keine Kühe töten. Nur Monster. Keine Kühe. Oh, Fleisch! Ne, ich töte keine Schafe. Schnell, äh, Schere rausholen. Rasieren. Super, ja. Oh nein! Die armen Tiere. Stehen in Flammen. Ich nehme mal das Fleisch. Äh, lässt du ein oder soll ich? Ja, ich mach schon. Ich bin gerade fast. Ah, okay. Gekochtes Fleisch, lol. Holztüren? Äh? Weil ich brauch jemanden, der mit mir Dingsdurch zieht, dass ich 50 Rennen gewinne. Ja, mach das doch. Schatz, mach mit. Ja, vielleicht können wir bei der Rennen machen, dann kannst du da Rennen gewinnen. Aber ich weiß nicht, ob das geht. Ja, aber vor 50 Siege. Ja, du brauchst es doch auch noch, oder Schatz? Ja, ist denn schlimm? Wechselt euch ab. Dann gewinnst du 50, ich den Rest und dann fertig. Ne, immer so abwechselnd, dann kommt es nicht so langweilig vor. Ja, aber dann lass die kürzeste Strecke nehmen, weil ich hab echt keinen Bock jetzt, so eine lange Strecke zu fahren. Ja, klar, kann ich gucken, von Roxxer erstellt, vielleicht finden wir mal was. Ich liebe es, Erfolge zu boosten, einfach so zu erschienen. Ah, Schwarzpulver. Ja, wo sind eigentlich die Creeper? Wir boosten nur gar nicht Erfolge für die Freischaltung von Creeper, Creeper, Creeper. Geht kaputt. Ich brauche Spaß, Prüfer. Oh, oh, Smoky, du böser Junge. Hier, Hilfe! Hilfe! Oh Gott. Ich werde voll gedingst hier. Ich will noch so ein Ding. Komm runter. Boah. Wie viel HP hat der? Runterwegs. Ich kann seine HP nicht erkennen. Ja, siehst du auch schlecht. Riesig, das Ding, riesig. Aber ich fand früher diese besondere Map oder so, wir hatten ja eine spezielle Map für solche Events. Ja, so ein kleiner Arena. Ja, das fehlt. Das werde ich vielleicht mal Smoky schreiben, dass er wieder so ein Warp-Shirt irgendwo hinmacht oder so. Ich hatte mal so ein, ich war mal Admin in so einem Server, ne? Der hat sich auch so ein, aber P-V-P-Event hat sich denn gemacht. Da hat sich so ein Arena, richtig so eklig, so weiße, richtige, eklige Arena. Also ich kannste sehen, dass so richtig viel Schlaggüter verwendet wird. Aber das ist doch cool. Du spinnst. Du spinnst. Ja, aber Admin. Ja, aber Admin. Hör mal. Oh mein Gott. Und ein Zombie mit einem Faden in der Hand. Sehr gefährlich. Ja, ne, Wither-Skelette. Dann hoffe ich aber mal, dass die einen Kopf droppen, Mama. Guck mal, die Spinne haut jetzt ab. Okay, die ist down. Yay, Fledermäuse! Oh, ich find die so süß, die Fledermäuse. Obwohl ich kein Batman-Fan bin. Lol. Ach, warte mal. From dusk till down. Ja. Oh, das sind aber viele Fledermäuse. Jeder Einzelne jetzt nachjagen. Oh Gott. Das wird Zeit in Anspruch nehmen. Vor allem, die fliegen so hoch. Sollen wir denn da dran kommen? Komm runter! Oh, da wirst du so bekloppt bei. Okay. Ich lade dich mal gleich zum Überfall ein. Von gestern. Den ersten. Okay. Hast du wieder mal 100k oder so? Wie viel hast du denn schon ausgegeben? Dann schaffen wir das Rennen oder was? Wir machen erst mal einen Überfall. Weil einmal am Tag kann man ja wiederholen. Aber nicht den einen Überfall, den ich letztens mitgemacht habe. Nein, nein. Den allerersten. Weil den würde ich dann doch ganz gern mitmachen. Ja, musst du gucken, ob Mystic da ist. Mhm. Brauchst du dann den letzten Überfall? Ja, kann ich machen. Das ist dann bei dir auch dran. Hast du auch alle heiß durch? Was habe ich durch? Die ganzen Überfälle, die fünf. Nee, nee, hat sie nicht. Die habe ich noch nicht. Sie hat gerade mal, glaube ich, ersten durch. Einen habe ich auf jeden. Dann lass das mal auch mal irgendwann mal durch. Ja, deswegen wollte ich ja, dass wir alle von vorne von A nach B machen. Von A bis Z. Golems. Die sind cool aus. Ja, aber dann muss das nicht derjenige Hosen, der es noch nicht freigeschaltet hat. Ja, klar. Sie kann das von mir aus machen. Oder du. Du hast ja auch nicht alle. Ich habe auch nur den Erd. Das ist ja nämlich das Lustige. Ich habe ja auch nicht alle in der Reihe nach durchgespielt. Ich habe, glaube ich, den ersten durch. Dann wollte ich den zweiten machen. Und dann haben wir ja zusammen den letzten gemacht, weil Mystic gehostet hat. Und damit habe ich alle freigeschaltet bekommen. Ja, jetzt geht ein bisschen. Doch. Ich habe nicht mal alle abgeschlossen gehabt. Das ist es ja. Also du hast nichts davon gehostet und trotzdem hast du alle freigeschaltet. Richtig. Genau, auch den letzten zum Beispiel. Ich habe den auch nicht gehostet. Oh, oh, oh. Warte mal, wenn du jetzt zu Hause bist an deine Pinnwand gehst, dann kannst du alle, alle heiß einfach starten, oder was? Äh, nein. Ich muss lästern rufen. Genau das meine ich. Sobald, das ist das. Also du hast nur die freigeschaltet, die auch gehostet hat. Komm, du bist so. Anderwand. Nee, Anderwand habe ich gar nicht. Alex, du kannst in jede beliebige Heiz reingehen, wie du willst. Das ist also so zufällig, kann sie überall rein. Das ist aber du, wenn du dein eigener Freistag bist, dann musst du sie auch hosten. Ähm, wenn ich an die Pinnwand gehe jetzt, dann ist die bei mir leer. Ja. Das heißt, ich muss bei Leicester die anfordern. Ja, dann drück mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Äh, ich bin hier grad in der Lobby. Ja. Ja, wir machen gleich und dann gucken wir mal. Oh, der hat noch einen Fledermaus gewonnen. Ich habe noch keinen. Dabei, komm runter. Ja, scheiße, wenn die fliegen, ne? Ja, der Michi... Oh, Wächter. Ah, die Köpfe habe ich schon. Mir fehlt Fledermaus und noch irgendwas. Keine Ahnung. Kann ich aber grad nicht. Naja, komm, was soll's. Geh kaputt. Geh kaputt. Fledermaus getroffen, toll. Aber kein Kopf drauf. Fisch. Ein Fisch. Ich möchte die Köpfe von der Fledermaus haben. Geh kaputt. Kommst du machen? Mach du Bohrer. Ja, okay. Hm. Die droppen bei mir leider kein Kopf. Na, komm runter. Ich sehe noch drei Fledermäuse. Das ist gut. Ah, wenn die nicht so weit oben fliegen würden. Jawoll. Ein weniger, aber kein Kopf. Tch. Mensch. Schade, schade, schade. Mal schauen. War's das, oder? Machen wir nächstes Wochenende ein großes Spawn Event. Mal schauen. Okay, cool. Ja, für so ein kleines Spawn Event, das war ja nicht schlecht. Oh, Fledermaus. Fledermaus. Ja. Ja. Ich hab den Kopf. Ich hab den Kopf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Guck mal, Schatz. Guck dir das an. Süß. Jetzt bin ich ein kleiner. Was? Als ob es keine Mobs in der Mindmap geben würde. Da hat er recht, ja. Aber trotzdem, diese Spawn Events, die machen doch schon ziemlich viel Spaß. Fähig, gleichах. Zauw ich mal. Und dann assist Test aus meinem кровatremiedst ecc. Drang aus, mit oben in Bonn? Oh nein, wir sagen. Vielen Dank.